Hallo Leute, ich bin Kim-Penri. Heute brate ich Reisruder. Zuerst Hehlkohl in gleichmäßige Steifen schneiden. Koriander gleich schneiden. Dann Wasser aufkuchen. Reisruder ins Wasser geben, bis die Reisruder ca. 90% weiß sind. Reisruder durch Eisäpe abgießen. Öl im Wok erheiten. Dann Eier in das Wok aufschlagen. Danach Eier mit einer Spate ruhen und einschreiten. Und ganz kurz im Wok braten. Hehlkohl dazu geben und weiterbraten. Gekochte Reisruder hinzufügen. Alles gut miteinander vermischen. Salz, Pfeffer, helle Sojasauce und dunkle Sojasauce reinkommen. Und weiterbraten. Und weiterbraten. Frei, frei, frei in the sky. I didn't even work and fly. Zu Schuss Koriander reingeben. Alle Zutaten gut miteinander vermischen. Dann ist das Gericht fertig. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye!